Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so eine Kreuzschaltung hier mit drei Schalter richtig an einer Lampe anschließen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu Beginn noch der Hinweis, da wir hier jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die fünf Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle einfach sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und somit spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schaltplan an, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Bei einer Kreuzschaltung starten wir am Anfang mit einem einfachen Wechselschalter. Unser zweiter Schalter ist dann normalerweise ein sogenannter Kreuzschalter und zum Ende hin haben wir noch einmal einen Wechselschalter, welcher direkt dann auch an unsere Lampe angeklemmt wird. Möchten wir jetzt zum Beispiel vier Schalter einbauen, dann müssen wir zwischen diesem Kreuzschalter hier und unserem letzten Wechselschalter nochmal einen weiteren Kreuzschalter dazwischen klemmen. In meinem Fall habe ich aber nur drei Schalter, weswegen ich jetzt mit einer dreiartigen Zuleitung, nimm 3x1,5mm² zu meinem ersten Schalter gehe, zum zweiten Schalter, also zum Kreuzschalter geht es dann mit einer fünfartigen Leitung, zum Wechselschalter geht es wieder mit einer fünfartigen Leitung und zum Schluss haben wir noch eine dreiartige Leitung, welche dann zu meiner Lampe geht. Der blaue Neutralleiter wird bei meinem Schalter nicht benötigt, weswegen ich diesen auch direkt auf die Lampe anklemmen kann. Genauso mache ich es jetzt auch mit meinem grün-gelben Schutzleiter hier und nur der meist braune Außenleiter geht jetzt bei meinem ersten Wechselschalter auf die Eingangsklemme L, danach wird das Ganze geschalten und ich erhalte zwei Ausgangsklemmen, welche mit so einem Pfeil hier normalerweise gekennzeichnet sind. Die zwei korrespondierenden, also geschaltenen Leiter, in meinem Fall ist das mal grau und schwarz, gehen jetzt weiter zu meinem Kreuzschalter. Hier habe ich zwei Eingangsklemmen, welche mit einem Pfeil nach innen schauend gekennzeichnet sind, dann wird das Ganze dementsprechend wieder geschalten und ich habe zwei Ausgangsklemmen mit einem Pfeil vom Schalter wegschauend. Hier geht es dann weiter zu meinem letzten Schalter, zu meinem Wechselschalter und dieser wird jetzt nämlich verkehrt herum angeschlossen. Bedeutet, meine Eingangsklemme ist dieses Mal mit dem Pfeil gekennzeichnet, dann wird das Ganze geschalten und meine Ausgangsklemme ist in diesem Fall mit dem L gekennzeichnet. Danach geht es auch schon direkt weiter zu meiner Lampe hier hoch. In der Praxis ist meine Lampe auch schon fachgerecht angeschlossen, wofür ich übrigens auch schon mal ein extra Video gemacht habe und all meine Leitungen hier unten sind schon richtig verlegt. Das Ganze links hier ist meine Zuleitung. Diese Leitung ist die Verbindung zwischen Schalter 1 und Schalter 2, die Leitung zwischen Schalter 2 und Schalter 3 und das Ganze rechts hier drüben ist noch meine Leitung, welche zu meiner Lampe hochgeht. Wenn ich alles fachgerecht vorbereitet habe, muss ich mal meine Leitung um circa 10 cm abmanteln. Wichtigerweise ist, man sollte ungefähr 1 cm noch in die Hohlwanddose überstehen lassen, dass ich am Ende auch eine entsprechende Zugentlastung habe. Im nächsten Schritt habe ich mir meine grün-gelben Schutzleiter und meine blauen Neutralleiter in jeder einzelnen Dose einmal nebeneinander gelegt. Das Ganze mit genug Reserve hier hinten in meiner Hohlwanddose und auch leicht nach oben schauen, denn jetzt kann ich diese einmal auf dieselbe Länge jeweils kürzen. Wenn ich auch das habe, isoliere ich mal jeden einzelnen Leiter um 11 mm ab, damit ich diese dann auch anschließend mit meinen Klemmen bzw. mit meinen Schaltern richtig verbinden kann. Da auch das passt, kann ich meine beiden grün-gelben Schutzleiter in der jeweiligen Dose jetzt auch in so einer Klemme hier miteinander verbinden. Danach dasselbe Spiel mit den blauen Neutralleitern. Und da ich meine braunen Außenleiter von den fünfartigen Leitungen, welche zwischen meinen Schaltern durchgehen, nicht benötige, tue ich auch hier sicherheitshalber noch so eine Klemme jeweils einzeln draufgeben. Zum Schluss können wir die Klemme nach oben schauen und dann auch hier in der Hohlwand- bzw. Unterputzdose einmal verschwinden lassen. Und es schauen auch wirklich nur noch die Leiter heraus, die wir jetzt auch an die entsprechenden Schalter anschließen müssen. Wichtig hierbei, die Dose muss auf jeden Fall tief genug sein. Beginnen wir mal mit unserem ersten einfachen Wechselschalter. Hier oben links habe ich die Eingangsklemme L, wo jetzt auch der braune Außenleiter meiner Zuleitung draufkommt. Und hier unten habe ich die beiden Ausgangsklemmen. Von hier aus gehen die zwei korrespondierenden Leiter rüber zu meinem zweiten Schalter. Und ich habe mir einfach angewöhnt, hier links ist immer der graue Leiter. Hier rechts der schwarze Leiter. Aber das Ganze kann auch jederzeit getauscht werden. Natürlich muss der Schalter am 180 Grad gedreht Richtung meine Hohlwanddose schauen. Ich habe das Ganze nur mal von der Rückseite angeschlossen, damit man es einfach besser sehen kann. Und bevor ich das Ganze aber befestige, drehe ich mal noch hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite meine entsprechende Schraube ab. Denn das hier ist einfach die sogenannte Spreizgralle, welche man nur in Unterputzdosen zum Befestigen hernehmen kann. Und im schlimmsten Fall kann das Ganze in einer Hohlwanddose nämlich auch hier hinten drin eine Leiter beschädigen, was wir natürlich auf gar keinen Fall haben möchten. Bei mir passt es aber soweit, weswegen ich jetzt auch den Einsatz bei den entsprechenden Befestigungsschrauben hineingeben kann. Anschließend noch mit einer Wasserwaage oder mit diesen entsprechenden Linien, wie bei mir hier ausrichten. Und dann kann ich nämlich das Ganze auch schon festschrauben. Zum Schluss wieder den Rahmen anbringen, die Wippe richtig herum aufsetzen, dass sie überall auch schön einklipst. Und ich kann dann auch meine Blende hier drauf machen. Somit ist der erste Schalter auch schon fertig. Bei dem Kreuzschalter habe ich hier oben mal meine beiden Eingangsklemmen, welche mit dem Pfeil nach innen schauen und gekennzeichnet sind. Und hier sind meine beiden korrespondierenden Leiter von dem ersten Schalter hier links drüben angeschlossen. Wie gesagt, ich könnte das Ganze hier oben von den Farben auch wieder vertauschen. Oder hier unten natürlich genauso. Denn diese zwei korrespondierenden Leiter gehen jetzt weiter zu meinem dritten Schalter. Auch hier ist wieder alles richtig angeschlossen. Die beiden Krallen für die Unterputzdosen sind ausgebaut. Weswegen ich den Einsatz hier mal wieder in die Befestigungsschrauben hineingebe. Das Ganze sauber ausrichte und anschließend festdreh. Nun den Rahmen wieder anbringen. Hier meine Wippe dementsprechend einklipsen und die Blende vorne drauf. Und somit ist nämlich der Kreuzschalter auch schon fertig. Als letztes haben wir noch unseren dritten Schalter, ein normaler Wechselschalter. Und dieser wird blöd gesagt einfach mal verkehrt herum angeschlossen. Das bedeutet, die Leiter von hier drüben, meine korrespondierenden Leiter, Grau und Schwarz werden also auf die zwei Klemmen hier mit dem Pfeil angeschlossen. Und meine normalerweise Eingangsklemme ist hier jetzt die Ausgangsklemme, welche mit dem LG Kennzeigen ist. Denn hier geht jetzt der braune Ausneider direkt zu meiner Lampe. Auch hier habe ich meine Krallen wieder dementsprechend ausgebaut. Deswegen ich das Ganze wieder hier in die Befestigungsschrauben hineingebe, ausrichte und anschließend wieder festdrehe. Wenn wir auch hier unseren Rahmen und anschließend die Wippe richtig eingeklipst haben, dann natürlich wieder die Blende drauf machen. Und wir haben auch schon den dritten Schalter richtig angeschlossen. Weswegen ich jetzt mal Spannung auf das System gebe, um es einfach auf Funktionalität zu überprüfen. Ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus. Egal welchen Schalter ich betätige, das Licht geht aus bzw. an. Und somit haben wir auch schon unsere Geräuzschaltung mit drei solchen Schaltern hier an eine Lampe richtig angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Geräuzschalter bzw. Wechselschalter mit einem Rahmen oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.